Hallo liebe Kinder, jetzt seht ihr den dritten Teil meiner Kirchentour durch Freiburg. Ich will ja alle evangelischen Kirchen besichtigen, von außen und natürlich vor allem von innen. Ihr werdet jetzt sehen, was ich erlebt habe. Jetzt bin ich bei der Ludwigskirche. Die ist riesig. Hilfe! Riesengroß. Schaut mal. Oh, von hier aus sieht sie hübsch aus. Schaut mal. Ich will da jetzt mal reingehen. Ich höre da auch schon Musik. Die ist bestimmt offen, die Kirche. Tschüss Ludwigskirche. Jetzt bin ich an der Thomaskirche. Schaut mal. Heute scheint schön die Sonne. Das soll hier alles mal ganz anders werden. Wie immer die große Frage, geht die Tür auf? Ich glaube schon, oder? Nein, sie geht nicht auf. Mist, schade. Da steht offene Kirche plus, aber das ist nur am Freitagabend. Schade. Also, tschüss, Thomaskirche. Haha, ich spiegle mich. Oh, ich höre die Kirche schon läuten. Da hinter den Büschen ist sie. Die Markuskirche, da gehe ich jetzt hin. Hört ihr sie? Da irgendwo dazwischen ist der Turm. Da ist der Turm von der Markuskirche. Und da hinten, ganz da hinten, da ist der Turm, auf dem ich mal oben drauf war. Letztes Jahr. Und jetzt gehe ich da zu der Kirche. Da ist die Kirche. Seht ihr? Und stelle die Frage aller Fragen. Ist die Tür offen? Hier ist die schöne Tür. Schaut mal da. Sehr schön. Aber leider muss ich euch sagen, die Tür ist zu. Menno. Dann sage ich jetzt tschüss, liebe Markuskirche. Schade, dass du nicht offen warst. So, ihr lieben Kinder, das war es mal wieder für heute. Ich sage euch tschüss. Bis zum nächsten Mal. Eure Frau Lila. Söpst Söpst Söpst